Hi, ich bin's, die Viotv Germany. Ich habe ein paar neue Karten bekommen, nämlich dreimal Arcana Lehrling. Ja, das macht's gut. Jetzt habe ich nämlich auch soweit mein Hexadeck komplett. Und dann hatte ich noch einmal Angestellte Brigade bekommen. Das ist ja mal richtig cool. Naja, mein Hexadeck ist bald fertig. Mache ich auch ein Video rein. Abonniert bitte und guckt euch meine anderen Videos an.